National Funchal, im deutschsprachigen Bereich auch als National Madeira bekannt, ist ein Fußballverein, dessen Team seit der Saison 2002-03 in der ersten portugiesischen Fußballliga spielt. Er wurde 1910 gegründet und ist in Funchal auf Madeira beheimatet. Das Heimstadion heißt Estadio da Madeira und hat 6000 Sitzplätze. Insgesamt beinhaltet das Sportzentrum zwei Rasen- und zwei Kunstrasenplätze. Die Vereinsfarben sind schwarz und weiß. Geschichte CD National Funchal erreichte die Primera Liga zum ersten Mal Mitte der 1990er Jahre und konnte seit dem erneuten Aufstieg zur Saison 2002-03 immer in der höchsten portugiesischen Spielklasse verbleiben. Meistens landete das Team dabei auf den Plätzen 4 bis 8. Der Verein nahm außerdem mehrmals am UEFA Cup bzw. der UEFA Europa League Teil. Das erste Mal war es soweit. Nachdem CDN in der Saison 2003 0-4 knapp an Sporting vorbeiziehen konnte und mit dem vierten Rang die bis dahin beste Platzierung in der 1. Liga erreichte. Die drei Schlüsselspieler des Teams waren dabei der defensive Mittelfeldspieler Paolo Assanzau, der 19-Tore-Mittelstürmer Adriano, beide wechselten später zum FC Porto und der als bester Flügelspieler der Liga bezeichnete Miguelito, welcher 2006 zu Benfica Lissabon ging. Zudem erreichte National 2003 0-4 das Viertelfinale des Taka de Portugal des portugiesischen Landespokals. In der Folgesaison spielte CD National von Chal also im UEFA Cup. Schied allerdings nach zwei Niederlagen gegen den FC Sevilla schon in der ersten Runde vor der Gruppenphase aus. Auch bei der nächsten Europa-Pokal-Teilnahme National hatte die Vorsäße auf dem 5. Platz beendet, war beim UEFA Cup 2006 0-7 wieder in der ersten Runde Schluss. Gegen Rapid Bukarest musste im Rückspiel die Verlängerung entscheiden, in der die Rumänen noch zwei Tore erzielten. In der Saison 2008 0-9 führte CD National die Tabelle der portugiesischen Liga einige Wochen lang an und kam am Ende erneut vor Sporting Braga auf den vierten Tabellenplatz. Dabei ragte besonders der brasilianische Stürmer Nen hervor, der 20 Tore erzielte und damit als erster Nationalspieler überhaupt Torschützenkönig wurde. In derselben Saison erreichte die Mannschaft im portugiesischen Pokal das Halbfinale, welches aber nach Hin- und Rückspiel mit 5 zu 4 verloren ging. Wobei im Estadio da Madeira erst die 90. Minute die Entscheidung zugunsten des FC Pacos de Ferra brachte. Aufgrund des guten Abschneidens in der starken portugiesischen Liga nahm das Team in der Saison 2019. direkt an der 4. Qualifikationsrunde zur neu gestalteten UEFA Europa League teil. Allerdings musste das Team ohne Nenn auskommen, da dieser für die Vereinsrekordsumme von 4,5 Millionen Euro zum italienischen Serie A-Club Chagliari Calzico wechselte. Trotzdem schlug der Außenseiter überraschend den vorherigen UEFA Supercup-Gewinner Zenit St. Petersburg. Einem 4 zu 3 Hinspiel-Sieg vor eigener Kulisse folgte in St. Petersburg ein 1 zu 1 unentschieden. Bei dem der Youngstar Ruben Mikael in der letzten Minute den Ausgleich erzielen konnte. In der Gruppenphase traf die Mannschaft dann auf weitere prominente Gegner. Hinter Werder Bremen, dem UEFA Cup-Endspielteilnehmer der Vorsaison und Athletic Bilbao belegte National von Pral aber nur den dritten Platz und schied am Ende aus. Gruppenletzter wurde FK Austria-Wien gegen die CDN in Pral einen historischen 5 zu 1 Sieg erzielte. Trivia Der wohl bisher bekannteste Spieler bei National war Cristiano Ronaldo, der in seiner Jugend dort spielte. Auch Ben Allons jetziger Teamkollege Felipe Lopez spielte vorher bei CD National. Nationals statt Rivale Maritimo von Jal spielt ebenfalls in der ersten portugiesischen Liga. Bekannte Spieler Trainer 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 Trainer